Und nicht so f*** die Krankenhä... Ich kriege gleich ne Macke. Und ich kann nichts machen. Nichts. Gar nichts. Egal. Ich hoffe es reicht. Das bringt mir aber nichts. Am Ende kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Ich kann mich da nicht mehr wehren. Ich werde einfach in den rumgebracht. Weil ich da nichts mehr machen kann. Das finde ich jetzt irgendwie ungeheuer lustig. Aber ungeheuer dämlich. Ich kann mich nicht mehr heilen. Gar nichts. Ich kann gerade wirklich ne Runde kotzen. Das könnt ihr mir glauben Freunde. Vielleicht kann man das Ziel zerheilen. Geht mal einfach aus dem Weg. Ach ne ich muss glaube ich noch mit Buddy reden. Ach du Hammer Schädel. Weewe wee 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 wee. Oh Harry du bist der Anden. Auf den Egelmonters laufen und nicht herum die Anden hatten sich eine Häusern verbarrikadiert. Die haben Angst da draußen zu gehen. Mir geht es gut. Aber ich habe Angst. Aber alles wird gut wenn wir ruhig im Dunkeln sitzen. Hast du Hunger? Möchtest du Fleisch? Ne nicht nur Fleisch. Ich möchte damit auch geheilt werden. Geht ihr jetzt besser? Ok. Ist diese Staudesveränderung jetzt weg? Ich glaube nicht. Haben wir nichts zu speichern, das wäre Arschlos. Tja, ich bin voll am Arsch. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich glaube, das ist jetzt kein Arsch. Es heilt aber auch nichts. Im Moment kann doch nicht mehr schlafen, damit zu sein klappt doch nicht auch. Halt die Fresse, ich bin versteinert und kann absolut nichts machen. Ich kann mich nicht mehr heilen. Klar, ich kann nichts machen. Nichts. Ich komme nicht mehr mehr zum Krankenhaus. Da gehe ich mir stark von aus. Na, ich glaube, dem Spiegel muss ich jetzt nochmal loben, was wir dort unten hatten. Weil das hat absolut keinen Arsch. Weil das würde sich jetzt bloß Arschlos in Länge ziehen. Wir würden dann drauf gehen. Ja, lest mal Bücher, lest du doch in meinen Augen. Jut. Hier gab es irgendwo ein Krankenhaus. Los, wo war denn das? Oh, ich habe keine Karte mit. Oh, manu. Supermarkt. Oder ist das Krankenhaus? Nee. Nee. Ey, kommt. Ich brauche dieses blöde Krankenhaus. Wollen wir mich jetzt hier wirklich vereinbaren? Ach, Krankenhaus. Ich hoffe, das hat wenigstens noch auf. Ich kriege doch hier einen Vollharrie, wenn... Ich kriege hier gleich einen Vollharrie. Natürlich. Zu. Vollwitz. Ich kann das vielleicht wegdelibordieren. Okay, das funktioniert. Dazu steht natürlich auch eine Schelf. So, wo war denn das Krankenhaus? Gehen wir aus. Ah, weg, du Pflanze. Du hässliche Dumme. So, wo war hier das Krankenhaus? Ach, ich hätte die Karte holen sollen. Ich bin vollhorn. Ich bohren, Ochse. Okay, das zieht jetzt alles wieder arschlos in die Länge. Ja, aber ist doch Tiki weg. Ach, das Auto jedes Mal hier an der Stelle. Chaos-Theater. Ach man, wo habe ich die Landkarte weg? Ich bin ein Kind. Nee. Ach, was will denn da jetzt von uns? Nichts. Zum Glück. Hm, aber das ist wieder Krankenhaus. Ich hätte die Stadtkarte noch nicht... Ah, wer wüsste denn schon, dass wir noch mal zurück müssen? Ah, sehr schön. Wir brauchen mal kurz einen Wunderheiler. Und das ist wieder flottiflot. Ja, du bist ein Wunderheiler, ich weiß. Ja, Quatsch nicht. Ähm, weiß spülen, ne? Ja. Na alle. Danke. Da war's. Da war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war's. Oh mein Gott, das war's, was ich jetzt machen muss. Ja, das erste Mal, oder das zweite Mal, dass wir so ein Stolz aufgestellt haben... Veränderungen haben? In der ganzen Zeit. Also, Gefühle wecken? Ja. Ah, ist ja schön. Ja, Quatsch, Mensch, du Arsch. Nein, ich hab mich verdrückt. Lalalalala, ich freue mich ja so. Ich freue mich ja so, ja. Ich freue mich ja so. Ich kotze ins Bahnhofsklo. So, so, so. Ich freue mich ja so. Komm, dich alle auf einmal einlassen. Das ist doch zum Kotzen. Ja. Ja, Baby. So, jetzt auf keine Experimente mehr einlassen mit den ganzen Viechern hier. Ja, du bist ein Wunderheiler. Ich bleib dir jetzt noch langsam. Ich hab sie tausendmal gesehen, Mann. Ja, du bist ein Spitzenarzt. Du bist so ein Arzt. Ich kenne dir sofort in die... Nee, egal. So, juhu. Wir können wieder laufen. Wie sieht's eigentlich aus? Sachen. Ach ja, hm. Wir haben ja bei der Mutti... Meine Mutti Fleisch... Nein, bei der Mutti Fleisch gegessen. Wir gehen nicht. Und wie gaben die ihn eigentlich? Oh, 37 Erfahrungspunkte. Saui, waui. Ist ja voll der Hammer. Gut, jetzt auf kein Experiment mehr einlassen, sondern bloß noch jetzt voll reinhammern. Mehr kann ich natürlich nicht mehr sagen. So, und rauf jetzt zu dem Ding. Okay. So, da sind wir wieder. Die vier von der Dankstelle. Nicht mehr gelehnt, sondern bloß noch bequemt. Okay, wir machen jetzt keine Experimente mehr, sondern rennen jetzt einfach voll durch, außer ich schlafe mir wieder komplett falsch. Naja, wenn man komplett falsch läuft, naja, ob es dir wie es ist. Bin ja gespannt, dass hier wieder für ein beschissener Endgegner lauert. Ja, wir machen jetzt gleich sofort alles, was wir haben, mit Angriffen. Ja, ist mir egal. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich hau' denen jetzt alles rein, was wir haben. So. Mhm. Ja, gut. Okay. Hm, gut. Fick dich. Okay, das war's gewesen mit dem Tich. So, was sind das jetzt für scheiß Gegner hier? Das ist ja übel. 10.000 Erfahrungen, ne? Gut, ist wenigstens was. Okay, das wird jetzt alles ein bisschen dauern. Ja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wir müssen erst mal wieder unsere, ja. Und das Zeug wieder auffüllen nach jedem Kampf. Weil ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Nein, das sehe ich nicht mehr ein, liebe Freunde. Das sehe ich nicht mehr ein. Ach ja, das kann sich jetzt nur noch um Stunden hanteln. Die gute Uschi, die gute Uschi, die mag mich so sehr. Gibt es mit den zwei eigentlich schnell wie Ende. Ich will es hoffen. Hoffen, sparen sie 1.000 kleine Kinderlein. Uiuiuiuiuiuiui. Das würde mich ja freuen. Also, das Spiel ist schon ganz schön eingezogen. Kann man echt nicht meckern. Und die anderen müssen unbedingt noch genauso leveln wie ich. Weil sonst kriegen wir hier noch voll die großen Probleme. Ja, ich rede mit mir. Ich bin nämlich mein bester Freund. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Ach, Mann, nur mehr da. Meine Nerven. Ach, kommt jetzt wehe. Die zwei holen wir uns jetzt mal noch und dann geben drin und speichern. Könnt ihr eigentlich machen. Wie gesagt, ich habe jetzt alles rein, was ich habe, ohne Rücksicht auf Verluste. Okay. Aha, das gefällt mir doch schon viel, viel besser. Ach, du Scheiße, Freunde, du Scheiße, du Scheiße. Aber ich will trotzdem wieder mal speichern. Ich weiß nicht, noch mal speichern. Komm, egal. Jetzt haben wir keine Statuswanderung mehr. Jetzt können wir uns bei ihr noch mal schnell ein bisschen Fliege abholen. Ja, Harry, du bist hier endlich. Ja, ecklig Monster. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Einwanderer haben sich in ihren Häusern verbarrikadiert. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, dir geht's gut. Ja, mir geht's auch gut. Ja, ist mir dran. Ja, im Dunkel sitzen. Hast du Hunger? Ja, möchtest du Fliege? Ja, sehr schön. Geht's jetzt besser? Okay, ja, Schnauze. So. Mann, was machst du denn hier? Reden. Haba. Ach, jetzt Baute Club, da haben wir auch nichts drin, oder? Naja, egal. Du bist, du hast bereits sein maximales Level erreicht. Das ist in Ordnung, aber. Ja, aber. Ich bin noch 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, wie auch immer. Was möchtest du speichern? Na, komm. Mann, nur mehr. So. Ist ja klar. Ist ja loben. Okay, wir haben einen Vorteil. Dann machen wir natürlich gleich wieder einen Vollangriff. Dann machen wir natürlich gleich wieder einen Vollangriff. Dann machen wir natürlich gleich einen Schuss mit unserer Multiflaschen-Rakete. Und mit ihm machen wir Sternenregen. Sternenregen ist gar nicht mal so übel. Also das war ein bisschen höher gelevelt. Das ist schon toll. Rums, die Bums und aus, die Bums. Okay, jetzt können wir erst mal mit einer halben Stunde Psykaramell fressen. Ja, sehr schön. Gut. Okay, wir fressen jetzt erst mal eine halbe Stunde Psykaramell. Oh, ich könnte meine rauchen. Ich rauche auch gleich meine. Lalalalalalalalalalalalal. Das tu mich auch, oder? Lalalalalalalal. Juhu. Ach, meine Nerven. So, soll ich jetzt voll? Ne, ne? Na komm. Na, soll ich doch auch nicht ganz voll. Und ne... Du kriegst nicht meine Kreditkorte. So, auf geht's. Ey, können wir eigentlich schon mal jemand Fettmocks umhauen? Ne, scheiße. Ich hab das Arschloch aus zuhause und wir können ihn voll mal in die Fresse klopfen. Diesen Fettsack. Diesen dummen. Nicht gegen die Menschen. Ich bin selbst der schlankeste. Aber das ist wirklich ein richtig hässliches, fettes Dummkind. Das man einfach bloß hauen muss. Wenn ich jetzt wüsste. Dass das kein Fehler ist. Okay. Oh. Okay, es war kein Fehler. Man muss es bloß vorher wissen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KB Let's Play sagt Dankeschön.